Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier, dann steht das Christkind vor der Tür. Wir danken euch allen für euer Engagement und eure Leidenschaft in diesem Jahr. Wir wünschen euch und euren Liebsten ein frohes Fest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Liebe Grüße, euer Enfau. Liebe Grüße, euer Enfau.